und die neue woche startet ich bin immer noch ganz guter dinge weil der tirade doch in südamerika näher mittelamerika ist so gut ist ist nur die frage ja das mit tanker geht man es voll auf den sack so explorer hat natürlich nichts gekauft wie sollte es auch anders sein dran soll keine quelle ist gut aber tank als die markt anstrahl oder maritien kaufte keine quelle in keinem tank okay in der eul da bin ich jetzt gespannt keine quelle in kleinen tanks ok 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 oh nein ich weiß auch was passiert ist warte mal noch ein bisschen warum habe ich eigentlich diese 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 detektive gut so abwechselnd keine öl fällt aber dafür gibt man die tanks kaputt ich weiß nicht ob das so zwingend besser ist wer hätte es gedacht wo stehen wir okay aber wenn es was oder mit amerika ich würde jetzt gerne mal meinen kopf an die bilanz gucke ob das vielleicht doch zusammen ne traue ich mich nicht was das alaska fördert gar nichts es war gut auspassend gemacht haben wieso fördert alaska gar nichts so was die band ich will jetzt nicht ob das gut die entscheidung ist wenn ich kann was doch ich will kann ich selber bohren Das war Spagamatha. Oh nein. Oh nein. Oh, das war doch nicht klar. Also, irgendwas. Oh, wenn der jetzt ins Spiel kommt. Boah. Ich weiß noch, was man machen sollte. Man sollte doch gleich noch beichern. Das halte ich für eine ganz tolle Idee. Jetzt ist immer doch so ein kleines Häufchen ins Bein gerutscht. Also ins Hosenbein gerutscht. Da hilft. Da kann man zwar kein Glück, aber davon. Aber in Alaska vielleicht noch mal ein Tank, der funktioniert. Internetlekt wie Sieb. Ist das doch unser Fleck. Jetzt muss ich mit der. Der. Scheiße. Reicht noch. Gut. Okay, jetzt sind wir da zumindest mal wieder ein bisschen stärker aufgestellt. Reicht die Zeit noch? Ich finde das total geil, wie er mir simuliert hat, das Ketter im Lesefell haben kann. Oh, Transol hat ausnahmsweise mal keinen Tankhafen. In der alten Tankhafen. Old American macht wahrscheinlich erst mal den Tank voll, aber hat doch gut die Rate und verkauft dann. so könnte ich mir das zumindest vorstellen kosten niedrighalle ist klar dass jetzt so erwarte kommt jetzt machen wir das was ich gerade gesagt wir speichern es wäre auch zu jetzt ist es zu spät video leider wegen urheberrechtsverletzung jetzt können wir ruhig meine monetarisierung bei kohle tief ist manchmal bin ich saujustig gell oder jedoch die scheiß kommen Ey, Leute, das riecht mich echt auf. Ist klar! Oh. Oh. Einfach nicht mehr reden. So. Speicher. Neu. Willst du mich jetzt verarren? So. Okay. Jetzt dürfte die Tanks ja halbwegs gut gefüllt sein. Hoffe ich. Oh Mann. Oh Mann. De lekt mich am Arsch. Bis zum nächsten Mal. Ja, da muss es schnell gehen. Boah, was in Zahlen. Tja, das war es für den Moment. Ne, doch nicht. Komm, bräuchte es noch. Scheiße. Ich hätte mal wahrscheinlich besser ein Dingskar. Ein Agent. Mal schauen, wie die schiefe Lage ist. Ja, wir haben noch ein bisschen Geld auf der Seite. Das hat mir schon lange gemacht. Oh, wir hätten fast schnell die Qualität. Gut, eurem Bänken macht mir mit einem Mix. Der hat schon wieder Ertanker. Das ist schon fertig. Und ich muss immer noch den Knopf drücken. Ist immer noch ein Plus, wenn mir ich das vorstelle. Könnte sogar ein Tank haben. Ich bin auf den Kurs gespannt. Was das für Scheiß. Oh, leck mich ja mal. Gerne so lassen. Das hier. Gucken wir gar nicht weiter. Liefervertrag für Allerskar. Oh, wahrscheinlich brennt wieder Ölquell. Beziehungsweise, es ist ein Filter in Alaska. Tankfilter. Das hier ist ein Liefervertrag für Allerskar. Das hier ist ein Liefervertrag für Allerskar. Liefervertrag für Allerskar. Ich gehe nach dem Stocker. Hau rein. Ich hätte jetzt erraten, dass mein Geld hochgeht. Na, vielleicht wenn wir die, hier wo war es, 178.000. Wir wissen noch, was wir jetzt machen. Wir gucken uns mal an der Bilanz an. Was genau da steht. Ja, das müsste man ja locker gestemmt kriegen. Aber ganz locker. Vertrag. 160.000, also knapp 185.000 Bärre. Jetzt sind wir mal gespannt. Was müsst ihr dann? Es kommt jetzt nichts mehr Gutes hin. Ja, eigentlich müsste es doch jetzt klappen. Ich meine, dort verkaufen wir jetzt eh nichts. Wir machen mal gucken, was los ist. Wenn wir dann durchgezogen sind, der wird uns jetzt mal richtig gut tun. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ölfell brennt. Und der Quill ist versiegt. Komm, ich übernehme. Und schon wieder die Buren. Wir haben es dazu schön gesagt, die wird dann wohl abrennen. Wahrscheinlich sind wir jetzt schon wieder viel zu spät dran. Das reicht auf jeden Fall für Öl. Es hat mir die Zeit rechnet. Das Spielchen hat er mal schon. Was versteht ihr? Nicht genug Geld. Aber da haben wir genug. Hauen. Nee, ich kaufe im Quill und Bursen nicht. Was will ich nicht? Ich glaube, zieh mal dann aus. Schön locker. Ohje, ohje, oi. Oh je, ohje, oi. Oje, oje, oje. ich sag doch geht doch ok Bruna ist zu Ende aber wir haben auch richtig Cola auf der Seite jetzt muss der Vertrag funktionieren das war es jetzt mit der Cola aber ich habe das Gefühl mir haben die Leute alles richtig gemacht ich kaufte auch nichts auch nichts ok damit zu abwechseln mal die Endsteuerskafe das jetzt mal ausnahmsweise gerade begleift speichern eigentlich hätte ich schon die Folge beenden müssen aber ich habe es falsch und er ist durchgangen jetzt geht es aufwärts ich warte irgendwie hat uns irgendjemand Geld geklaut ich gehe nach dem Stecker Sockel wir gönnen uns jetzt Wasser ja war klar so jetzt ist eine Ölquelle versiebt dann sollte Martimo schnell Bohr gehen oh oh da war was Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe stark das Gefühl, dass ich das früher schon hatte. Ich spiele jetzt Probe. Jetzt wird schon wieder die Ölplattform sein. Halbbar einfach, ne? Das hat das aber auch gemacht. Den Textbilder haben doch noch ISO-Probleme. Geht auf. so haben wir jetzt wir machen hier mal auf sicherheit scheiße gut dann enden wir für diese folge für diese woche und wir sehen uns dann nächste woche ganz frisch und munter also wie gesagt frisch und munter in der nächsten woche bis denn und und